Kamera läuft, prima, auf ein Wort in eigener Sache, in etwas anderem Rahmen heute. Der Grund ist, wir geben uns als Agentur eine neue Mission und damit unseren Kunden ein neues Versprechen. Der Hintergrund wiederum dessen ist, dass in Zeiten von Hypervernetzung, Content-Explosion, Informationsinflation nur noch das persönlich Relevante zum Einzelnen durchdringt. Nur noch das Originelle, die starke Idee erreicht Menschen. Und das heißt auch, dass nur noch die wirklich kreative Idee Wirkung entfaltet und zu einem höheren Return on Investment führt. Wir möchten gerne künftig zu den Top-Agenturen gehören, die genau diese Anstöße geben, in Form von medialen Inszenierungen, Kommunikationsplattformen, tollen Storys. Und zwar aus unserer Herkunft als Earned Media Agentur kommend und nicht mehr gefangen in engen Disziplingrenzen, sondern sich eher von diesen Etiketten lösen. Was tun wir dafür? Wir beraten künftig nur noch aus Branchenteams. Teams, die sich ganz stark in Branchen und Unternehmen hineinarbeiten und so mit profundem Wissen beraten. Darüber hinaus bauen wir ein Kreativ-Lab, in dem Developer, Content- und SEO-Spezialisten, Arter, Texter, Videoprofis, Community-Manager ganz eng miteinander arbeiten und sich gegenseitig befruchten. Darüber hinaus verstärken wir unsere Strategiekompetenz und wir zwingen uns noch mehr als zuvor dazu, zu diesen starken Ideen zu kommen. Daran haben wir die vergangenen Wochen und Monate gearbeitet und jetzt wollen wir es wissen. Mehr dazu auf Achtung.de